Hallo Welt, da sind wir wieder in der Dunkelwasserbaustelle. Wir brauchen Türen natürlich noch, aber jetzt kümmern wir uns erstmal genau hier um die Gärten weiter. Die Leute sind alle hungrig und trinken nur noch, statt was zu essen, das ist ja nicht so gut. Außerdem, außerdem, außerdem brauchen wir auch noch Abwehr, wir brauchen noch Schutz und wir brauchen die Plünderstationen, auch die wollen wir dann aufbauen. Mal sehen, was wir alles in dieser Folge hier schaffen. Erstmal suchen wir uns einen schönen Platz für ein schönes Feld. Das hier wäre doch schon mal eine schöne gerade Fläche, ein schöner Platz für ein Feld. Da fällt mir gerade ein, in den Kommentaren habe ich gelesen, dass man auch das Haus direkt auf den See bauen kann, direkt hier aufs Wasser bauen kann. Könnte man ja machen. Aber dann habe ich weiter gelesen, ist die Meierlöhr-Königin im Haus drin, gespawnt, das macht die immer. Die hat hier irgendwie ihren Punkt, da taucht die auf, aus dem See wahrscheinlich und wenn ein Haus drüber ist, dann steht sie natürlich im Haus. Und da kann man wohl nicht so viel machen, abreißen muss man das Haus vielleicht nicht unbedingt, aber schön ist das natürlich nicht. Ich hoffe, dass es bei uns anders aussehen wird. Wir haben, oh Curie, sehr gutes Reisen, Curie. Warum haben wir so viel Schutz? Wir haben doch nur Pflanzen aufgebaut. Wir haben sechs Schutz dazu bekommen? Wie kommt's? Also der Punkt, wo die immer auftaucht, die Meierlöhr-Königin, ist wohl immer der gleiche da hinten. Also wie gesagt, die gräbt sich da scheinbar so irgendwie aus dem See, aus dem Tümpel hier unten, aus dem Sumpf nach oben. Und dann ist sie eben hier. Unsere liegt da noch, ziemlich hinüber. Und wenn man da ein Haus drauf hat, dann ist sie eben drin. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die an den Wänden und so anrichtet, keine Ahnung. Ansonsten hatte ich vorgeschlagen, könnte man ja auch, kann ich das mal eben demonstrieren, hier könnte man ja auch diese Sache mit dem lang gedrückten E machen. Also wir nehmen mal eine Plünderstation, die wir ja sowieso hier aufbauen wollen irgendwo. So, die Plünderstation steht und wenn wir daneben jetzt, ah, wir haben noch eine Plünderstation. Dann, okay, wenn wir noch eine daneben bauen, so, und dann hier drauf gehen und lange E gedrückt halten, dann sind gleich beide verbunden. Das klappt auch mit dem Häuschen, also mit den Häusern klappt das auch. Natürlich, wenn oben Siedler stehen, dann fallen die durch, sobald man das hier aktiviert hat, das E. Dann fallen die durch und können sich da schon verletzen, aber die heilen sich in aller Regel dann auch wieder. Ansonsten könnte man dann das ganze Gebäude mit einem Mal verschieben. Ist ein bisschen frickelig vielleicht, da muss natürlich hier vorne dann eine ähnlich gerade Fläche sein, wie, ja, wie auf dem See zum Beispiel, wenn man da was gebaut hat. Und wir haben ja schon eine Plünderstation aufgebaut. Eigentlich reicht eine Plünderstation. Wie schon gesagt, wir haben das mal in Covenant beobachtet und die Plünderstationen, die bringen ein bisschen was. Sie bringen ein bisschen Stahl, sie bringen ein bisschen Holz, sie bringen, ja, so Baumaterial auf jeden Fall. Ich meine ab und zu sogar nukleares Material. Ab und zu auch Schrauben. Hey, du, auf dich kommen wir später zurück. Nukleares Material auch mal, kann dabei sein, Schrauben auf jeden Fall. Ja, alles mögliche an Baumaterial kommt da eben rein durch die Plünderstation. Einzige Sache, die einzige Sache dabei ist, dass die Plünderstationen eben, also da kümmert sich immer nur einer drum. Sonst ist es ja so, hier bei den Pflanzen auch so, dass die Siedler sich dann gleich mehrere Pflanzen schnappen, um die sie sich kümmern, wenn man einmal einen zuweist. Und das ist bei den Plünderstationen eben ein bisschen anders. Pro Plünderstation immer nur ein Siedler. Oh, das geht doch hier wunderbar. Da haben wir sogar richtig viel Platz gespart. So, hier könnt ihr euch erstmal ernähren von Tato's, seht wie es aussieht. Ja, eigentlich mag ich es ja schon, wenn es einigermaßen ordentlich ist. Das ist auch fürs Ernten irgendwie besser. Aber hier können wir ruhig mal so ein bisschen durcheinander bauen. Ob wir da dann Leute zugewiesen kriegen, die sich hier um alles kümmern? Ich weiß es nicht. Was wir immer ganz gerne machen, wir bauen immer ganz gerne diese Bäume hier so am Eingang hin. Ich weiß auch nicht warum. Buchsbaum. Naja, das ergibt jetzt hier nicht so viel Sinn. Dann wirkt das Ganze so zugestellt, zugepflanzt. Naja, hier würde Klingenkorn vielleicht ein bisschen besser ins Bild passen. Naja, aber wenn wir in die Siedlung kommen, irgendwann mal nach zehn Jahren und wissen nicht mehr, wo ist der Eingang hier, dann brauchen wir nur zu gucken, wo sind die Mutterbeeren pflanzen und schon finden wir den Eingang. Ihr guckt alle, ich fühle mich so beobachtet hier. Oh, das wäre gut, wenn hier links und rechts einer hinpassen würde hier vorne. Na ja, da war es schon, aber... Aber ich bin da manchmal doch so perfektionistisch. So. Haha, da kommt keiner mehr durch. Ah, das ist ja super zugestellt jetzt. So, einmal schnell schlafen. Müssen wir wirklich aufstehen? Oh Curry, du kannst ruhig liegen bleiben. Aber ich stehe auf. Ich glaube, dass Mutterbeeren sowieso das meiste bringen. Och Mann, jetzt habe ich euch extra so viel Platz. Ihr seid immer an dieser Ecke hier. Also beim Bauen vielleicht diese Ecke hier freilassen, nicht so wie wir. Wir haben Sturbi, wir sind natürlich immer schön weiter hier die Ecke zugebaut, schon wieder. Ach Mann, jetzt rennt doch nicht alle da durch. Ich will auch hier pflanzen. Seht ihr das denn nicht? Ihr habt doch alle Hunger. Oh, das Brahmin auch noch. Nichts wie weg. Ich wollte das da mal da hinstellen und hier vielleicht so ein paar Mutterbeerenbäume mehr. Oh ja, das wird schön. So eine Allee. Vielleicht wachsen sie auch noch. Ach Mann, hau doch mal da ab. So. Wir haben immer noch drei davon. Ich denke, wir haben es geschafft, oder? Mutterbeeren okay. Tätos sowieso. Dann haben wir Mais wahrscheinlich hier vorne noch. Sehr viel. Oh, 36 Klingenkörner. Ja, die kommen woanders hin. Eine Melone. Das ist alles ziemlich zusammengequetscht jetzt hier, ich weiß. Na, davon können wir doch ein paar mehr hier hin packen. Aber warum haben wir so wenig Melonen und diese anderen Dinger? Flaschenkürbisse. Wahrscheinlich haben wir gedacht, die brauchen wir nicht so oft. Ja, da müssen sich auch Siedler dann drum kümmern hier, wenn wir das hier alles anpflanzen. Na, wenn hier noch welche zwischenpassen würden, dann wäre ich sehr froh. Oh nein, passt nichts. Ja, wir sollten auch mehr auf dieser Seite hier anpflanzen. Wenn es zu Angriffen kommt, dann meistens von der hinteren Seite. Na ja, ja doch, auch Meierlurks, wenn die mal angreifen. Die kommen meistens von der anderen Seite hinten. Also wäre das wahrscheinlich schon ganz praktisch, wenn hier ein bisschen was steht. Also Klingenkorn haben wir auch noch zum Anpflanzen. Und das würde ganz gut zu dem Zeug passen, das hier schon wächst. Oh, man kann hier ins Gebüsch pflanzen. Klingenkorn. Dann habe ich noch gelesen in den Kommentaren, dass es sein kann, dass die Siedlungen verbacken, wenn man außerhalb des Baubereichs, was wir ja gerne machen, bauen. Also man kann immer so halb raus aus dem Baubereich, wenn man jetzt große Teile hat. Dann können die ruhig mal so ein bisschen überstehen. Das machen wir eigentlich immer ganz gerne. Nutzen also den ganzen Bauplatz. Und da ist die Theorie jetzt in den Kommentaren aufgekommen, dass es daran liegen könnte, dass die Siedlungen dann so ein bisschen verbackt sind schon mal. Und das halte ich für gut möglich sogar. Oh, wir haben kein Klingenkorn mehr, das ist aber auch selten. So, ich hoffe, wir haben noch genug Mais. Ja, Mais können wir noch anpflanzen. Aber hier hätte ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt noch Mais gerne stehen. Das reicht eigentlich schon, was wir da so haben an Zeugs. Hier wird es auch ein bisschen eng, wenn wir hier noch mehr anpflanzen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hier. Da liegt die Leiche, aber trotzdem. Ein paar Maispflanzen, finde ich, können hier ruhig hin. Schön ordentlich. Ja, so ordentlich bekommt man das leider hier nicht hin. Also, das mit dem Bauen, dass das dann eventuell, wenn es etwas außerhalb des Baubereichs gebaut wird, zu Bugs kommen kann. Und das sollte man ruhig mal im Auge behalten und austesten weiter. Auf jeden Fall eine super Idee, ein super Tipp, das mal auszuprobieren. Wir haben ja in Sanctuary Hills zum Beispiel das Phänomen, dass wir nicht mehr an unsere Kisten kommen. Meistens, ich glaube, letztens hat es mal geklappt, ganz kurz. Aber ansonsten funktioniert das wohl nicht so gut mit den Kisten nicht mehr. Ja, hier noch ein Maischen. Ach komm schon, du, passt noch. Ach, passt nicht. Die andere, die kleine? Ah, ja. Die kleine passt. Dann so. Hier bekommt ein bisschen Mais hier. Händler von Bunker Hill. Und wir dürfen wieder ganz schnell mal schlafen gehen. Oh, das ist wunderbar, Curie. Wollen wir hier auch noch so eine Mais? Linie ziehen oder... Ja, ich bin eher hier für Klingenkorn nochmal. Ein bisschen mehr Klingenkorn hier hin. Eingelagert haben wir ja noch ein bisschen was. Dann sieht man hier die Lücke nicht so. Naja, das haben wir schön gebaut, aber mit Klingenkorn davor ist es, glaube ich, noch besser. Ja. Na ja, wie sieht's mit Mais aus? Können wir hier auch noch mit Mais ein bisschen kaschieren? Eine Maispflanze. Oder vielleicht... ...so eine hier. Naja, das wird... ...das wird zu viel. Also, ja, da bin ich schon stur manchmal bei dem Mais. Wunderbar, Curie. Das Zeug ist besser als Nuka-Cola. Probier's mal. Weil es ist... Wunderbar ist das. So, dann haben wir... Ich will mich nicht beschweren, weil die Lebensmittel sind knapp. Ja, was machen wir denn hier die ganze Zeit? Wir kümmern uns doch schon drum. 30 hiervon können wir hinbauen. Die werden alle zerstört. Wenn's mal zu einem Angriff kommt... ... ... ... ... ... ... ... Wird alles kaputt sein. Und hier sieht man's. Wir bauen wieder so ein bisschen außerhalb des Baubereichs. Das, was ich gerade gesagt habe. Aber nur ein bisschen. Oh. Oh, das geht doch. Der kommt hier noch gut rein. In so einen Wachposten da. Das reicht so. Vielleicht stellen wir hier noch einen in die Ecke. Wenn es dann passt. Hm. Nee. Da. Jetzt muss ich wieder die V-Taste gedrückt halten. Das ist so anstrengend. Ah, nee. Das war ganz einfach jetzt. Hier ein bisschen geschürzt durch das Klingenkornzeug. Irgendwas haben die doch hier falsch gemacht. Mit dem Brahminen und allen. Dass die uns beim Bauen hier so stören. Oh, oh, oh. Da sieht es aber voll. Voll zugebaut aus. Wo ist denn der Weg zum Wachposten? Na ja. Ein ganz schmaler Weg ist dort noch. Soll reichen. Vielleicht können wir hier drunter noch irgendwie was hinbauen. Bei den Brahminen. Dann sieht's ja auch nicht so leer aus. Nee, ich glaube, das war's. Naja, das war's wohl. Ich glaube nicht, dass... Oder? Hier vielleicht? Ansonsten glaube ich nicht, dass wir hier was ins Wasser stellen sollten oder so. Wer hat denn hier die... ...Dingensin gebaut? Überhaupt. Erstmal einlagern das Zeug. Die Blinderstation. Wie viel haben wir noch? 18? Wow, wie sollen wir die noch alle unterbringen hier? Es wird hier ein Klingenkorn-Paradies hier. Oh, da war noch Platz. Genau davor. Ah, der, der hier arbeitet, der muss aber ein gutes Auge haben und durchs Klingenkorn durchgucken können am besten. Das hier wollen wir doch auch ein bisschen kaschieren, wenn's möglich ist. Ich weiß nicht, dieses Brahmin. Schafft mal jemand das Brahmin weg hier. Wem gehört das Brahmin mit der Nummer... Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Bitte einmal das Brahmin parken, richtig. Nee, da steht die Power-Rüstungsstation, äh, die Power-Rüstung steht davor. Ja, aber Power-Rüstungsstation fällt mir gerade ein. Haben wir eigentlich immer total missachtet. Könnten wir eigentlich auch öfter mal bauen. Oh, das ist gut hier. Für eure Brahminer bekommt ihr gleich ein bisschen Klingenkorn. Wir kaschieren mit dem Klingenkorn hier so ein bisschen das schrubbelige Haus. Naja, einen Durchgang hätte ich da schon ganz gern. Oh Mann, das sieht alles so eng jetzt schon aus. Und hier... Ja, was ich gerade gesagt habe, alles was hier so gebaut wird, das wird bei einem Angriff mit Sicherheit zerstört. Zwölf noch, wie haben wir das denn vorher gebaut? Ja, vorher haben wir nicht so viele Gebäude hier stehen gehabt. Da ging das. Elf noch. Ich sehe schon, wir müssen in der nächsten Folge weiterbauen. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Stay home und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.